Ich las kürzlich, dass man jetzt Anwälte statt der Ratten bei wissenschaftlichen Experimenten verwendet. Man tut dies aus zwei Gründen. Erstens, die Wissenschaftler empfinden weniger Mitleid mit den Anwälten. Und zweitens, es gibt ein paar Dinge, die nicht mal Ratten tun würden. Ich möchte an dieser Stelle dem Kuratorium des Great Ormond Street Hospital für die Einladung meinen Dank aussprechen. Und sie um Nachsicht bitten, weil ich normalerweise meine Reden vor Aktionären halte. Wir kennen einander nicht und ich bezweifle, dass wir sehr viel gemeinsam haben. Mit Ausnahme dieser wunderbaren Frau Wendy Angela Darling. Großmutter Wendy bot mir Wärme und Zuflucht. Sie lehrte mich lesen und schreiben. Sie fand sogar Menschen, die mich adoptierten und meine Eltern wurden. Sie liebte so viele Kinder auf so mühle, so mühle, so mühle, so mühle, so weise. Das ist ihr großer Verdienst. Viele von ihnen waren einmal verlorene Kinder. Aber Großmutter Wendy fand Eltern und ein Heim für jeden von ihnen und rettete sie. Das ist ihr ureigenes Wunder. Und ich weiß genau, dass, wenn sie hier ständen, sie viel besser imstande wären, als ich, ihren Gefühlen von Wertschätzung. Aufrichtigem Dank. Und liebevoller Zuneigung, für diese Frau Ausdruck zu geben. Letztlich haben wir doch etwas gemeinsam. Wir sind Waisen. Wir sind Waisen.